Schlecht ist die Welt. Diesen Eindruck muss gewinnen, wer die ersten 160 Seiten von Christian Nürnbergers Verkauf der Demokratie liest. Alles spricht für Öko und Regio, aber die Bürger haben in dieser Frage nichts zu entscheiden. Es ist der agroindustrielle Komplex. Neue Dämonen, die auf den Namen Big Data hören, bergen ein vielfältiges Katastrophenpotenzial in sich. In ganz Europa sehe ich nicht einen einzigen Politiker, der eine Vorstellung davon hat, wie wir die demokratische Ordnung unter den Bedingungen einer globalisierten Welt erhalten können. So bewegen wir uns ohne Plan, nur von politischen und ökonomischen Kurzfristinteressen gesteuert, in eine Zukunft, die am Ende niemand gewollt haben wird. Die gesamte linksökologische Gesellschaftskritik der letzten Jahrzehnte schlägt einem da entgegen. Allerdings nicht populistisch platt als Sammelsurium, sondern analytisch geordnet. Wer noch nicht so viel über den Zusammenhang von Marktliberalisierung und Demokratie nachgedacht hat, der bekommt eine Ahnung davon, warum weder Markt noch Staat die drängenden Probleme von Krieg, Flüchtlingselend und drohende Klimakatastrophe lösen können. Wie wird die Welt wieder gut? Die Antworten sind tausendfach auf den Buchmarkt geworfen worden, von Soziologen, Philosophen, Parteistrategen und Esoterikern. Wirklich überzeugt hat davon kaum etwas. Wie also will Christian Nürnberger die Welt retten? Durch Konsumverzicht? Nein, dazu ist er zu pragmatisch. Durch neue Technologien? Auch nicht. Die sind ihm eher suspekt, weil sie den Bürger im Zweifel entmachten. Genauso wie die großen Player der Wirtschaft, deren immer weiter steigender Macht er letztlich die Schuld gibt an all den sozialen und ökologischen Fehlentwicklungen. Mit den Grünen? Denen traut es der linksalternativ argumentierende Publizist ebenso wenig zu wie seiner eigenen Partei. Nürnberger ist nämlich SPD-Mitglied, was auf ungeplante Weise viel zu seinem Buch beigetragen hat. Sie haben mir das silberne Ehrennadel verliehen für 40-jähriges Leiden an der SPD. Und plötzlich, da saß der Thomas Bayer, damals Fraktionsvorsitzender oder Stellvertreter im Bayerischen Landtag, und hat gesagt, es sind bald Wahlen und die Personaldicke ist dünn und wir könnten einen brauchen. Nürnberger schaffte es nicht in den Bundestag, machte aber politisch prägende Erfahrungen in der alten Heimat. Von regionalen Lebensmitteln in der Gastwirtschaft bis zur Schreinerei Möbelmacher von Herwig Danzer in Unterkrumbach, die ausschließlich auf regionales Buchenholz setzt. Also es ist schön, so ein Holz anzufassen. Es ist aber auch das Wissen darum, dass hinter dieser ganzen Arbeit, die hier gemacht wird, auch eine andere Einstellung zur Welt steht und auch zum Markt und zur Wirtschaft. Und wenn diese Einstellung sich verbreiten würde, wäre die Welt eine bessere. Sie wäre entschlechtert. Naja, wir haben das damals gegründet als ökologische Schreinerei, weil wir nicht mit Spanplatten arbeiten wollten und weil wir einfach nur mit Naturfarben, mit Naturharzölen arbeiten wollten. Aber ich weiß nicht, ob wir damit die Welt jetzt wirklich so richtig entschlechtern, bin ich noch nicht überzeugt, aber vielleicht leine ich das ja noch. Der erfolgreiche Unternehmer Danzer macht da ein bisschen auf Understatement und tippt doch die richtige Frage an. Retten dezentrale Projekte wirklich die Welt? Regionalwirtschaftsideen von unten lediglich aneinander zu reihen, wird nicht ausreichen, um dem zuvor beschriebenen Machtwirtschaftskomplex der Großbanken und Konzerne etwas entgegenzusetzen. Die Lösung ist natürlich, dass die sich alle miteinander integrieren und verzahnen. Noch sind das ja so Insellösungen sozusagen. Die Schreinerei ist eine Insel, Heimat auf dem Teller ist eine Insel. Und da gibt es noch mehr Möglichkeiten, sich zu vernetzen und es zu integrieren zu einem Gesamtkonzept. Und dann kann so eine regionale Wirtschaft von unten wachsen. Während in der Politikwissenschaft oft gestritten wird, ob Fehlentwicklungen eher als Marktversagen zu interpretieren sind oder als Staatsversagen, vertraut Nürnberger beiden Institutionen nicht. Die Politiker funktionieren nicht, aber der Konsument, auch der Medienkonsument, der Bürger funktioniert auch nicht. Das habe ich auch im Wahlkampf den Bürgern gesagt, vor allem diesen Wutbürgern, die maulend abseits stehen, denen habe ich gesagt, Leute, wenn in einer Demokratie etwas schlecht läuft, dann gibt es die Möglichkeit, in eine Partei einzutreten und dafür zu sorgen, dass es besser läuft. Ob es dazu kommen wird? Christian Nürnberger, der brillant schreibende Skeptiker, ist nicht entschieden. Denn er ist kein ideologischer Prophet. Aber er ist ein protestantischer Christ, auch wenn er davon im Buch nicht spricht. Und insofern ist sein Buch auch ein großes Tut Buße und Kehret um. Wer das Buch komplett gelesen hat, muss nicht gläubig sein, um sich dieser Forderung tätig anzuschließen. Ihnen geht mit mir ganz früher, insofern office sind mal es das Death Beast magic. Und auf jeden Tag, Es kommt dasae Signal an,